Lektion 3 Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. Auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort. Wende diesen Gedanken in der gleichen Weise wie die vorhergehenden an. Ohne irgendwelche Unterschiede zu machen. Was auch immer du siehst, eignet sich, um den Leitgedanken darauf anzuwenden. Achte darauf, dass du nicht in Frage stellst, ob sich etwas für die Anwendung des Leitgedankens eignet. Dies sind keine Übungen im Urteilen. Alles eignet sich, wenn du es siehst. Einige der Dinge, die du siehst, mögen eine gefühlsbeladene Bedeutung für dich haben. Versuche, solche Gefühle wegzulegen. Und verwende diese Dinge einfach genauso, wie du alles andere auch verwenden würdest. Das Entscheidende an diesen Übungen ist, dass sie dir helfen, deinen Geist von allen vergangenen Assoziationen zu befreien. Es ist deshalb wesentlich, dass du bei der Auswahl der Dinge, auf die der Leitgedanke für den Tag angewendet werden soll, einen vollkommen offenen, von Urteilen unverstellten Geist bewahrst. Zu diesem Zweck ist ein Ding wie das andere, gleich geeignet und deshalb gleich nützlich. Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. Auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort. Ich verstehe nichts, was ich in diesem Raum sehe. aus. Aus. Aus.